Ich bin der exakt Sau! Stefan, bist du bereit? Ich bin... Aber na, Pentos, versuch ihn weiter draußen anzumachen, weil sonst musst du vor die ganzen Funken reinfliegen. Experiment Silvester kann starten, ne? Option? Ne! Operation Silver Star. Pass auf, du gehst dann gleich wieder rein, weil ich... Nein, 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 bitte! Verpüß dich! Was? Kinderfreundlich? Und nicht gefährlich? Absolut nicht! Aber das sieht man ja gar nichts! So passt's! Fack ist der Lied da schnell! Das kommt ja nichts! So, das was hier won't... Ich griff's nie! Ich werde jetzt diese Zigarette... in diesen Müllnein mal reinschmeißen! Soll ich den Zünder einblenden? Das wird der Zünder sein! Das bin ich, Kameramann! Schönen wir zünden! Boom! Geerts... Schmeiß! Schmeiß! Alter! Das sieht man nicht schlecht, ey. Scheiße! Ich schaue dir mal! Ich glaube, ich schaue dir mal. Danke.